Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum schlummern, sie helfen uns viel mit. Die Baustellenfahrzeuge erledigen Straßenbauarbeiten. Der Kipplaster hat Asphalt gebracht. Er schüttet ihn auf den Boden. Jetzt muss die Straßenwalze den Asphalt ebnen und Lach drücken. Aber zwischen dem Rahmen und dem Zylinder steckt ein Stein fest. Die Straßenwalze kann sich nicht an die Arbeit machen. Jemand sollte die Straßenwalze in die Werkstatt bringen. Der Kipplaster kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Er fährt zurück in seine Garage. Wer könnte der Straßenwalze helfen? Weißt du es? Der Kran und der Abschleppwagen fahren aus ihren Garagen raus. Der Kran fährt seinen Ausleger aus. Halte durch, Straßenwalze. Wir heben dich auf die Plattform. Los geht's! Das ist die Werkstatt. Hier wird man den eingekleppten Stein entfernen. Dann kann sich die Straßenwalze an die Arbeit machen. Das ist ein Basketballplatz. Die kleinen Autos spielen Ball. Sie müssen den Ball in den Korb werfen. Das war nix. Du bist dran, blaues Auto. Wow, guter Wurf. Das gelbe Auto hat den Ball viel zu weit geworfen. Oh nein, er ist im heißen Asphalt gelandet. Stopp! Nicht reinspringen! Die kleinen Autos stecken im Asphalt fest. Könnt ihr helfen? Alleine schaffen die beiden es nicht. Sieht! Es klappt nicht. Kranwagen, kannst du uns bitte helfen? Der Kranwagen ist sehr stark. Er hat das gelbe Auto hochgehoben. Und das Rote auch. Oh je, die Autos sind ganz schön schmutzig geworden. Sie können nicht mehr fahren, weil der Asphalt hart geworden ist. Der Autotransporter fährt aus seiner Garage raus. Er wird die kleinen Autos zur Waschanlage bringen. Der Kranwagen ist sehr stark. Er wird das gelbe Auto hochgehoben. Der Kranwagen ist sehr stark. Er wird die kleinen Autos auf die Plattform. Er wird das gelbe Auto hochgehoben. Und das gelbe Auto hochgehoben. Der Ball muss auch gewaschen werden. Schau mal, das ist die Straßenwalze. Sie wurde repariert. Sie macht sich auch gleich an die Arbeit. Mit diesem schweren Zylinder ebnet sie den Asphalt. Das ist die Waschanlage. Na kommt, kleine Autos. Es ist Zeit für ein Bad. Die gelben Bürsten waschen den Asphalt ab. Das rote Auto ist wieder sauber. Gelbes Auto, du bist dran. Jetzt bist du auch wieder sauber. Das lilafarbene Auto hat den Basketball gebracht. Der Ball ist wieder blitzblank. Lasst uns wieder spielen gehen. Die Helferautos haben ihre Arbeit erledigt. Sie fahren wieder zu ihren Garagen. Danke für eure Hilfe. Bis zu eurem nächsten Einsatz könnt ihr euch ausruhen. Helferautos Helferautos Musik Die Helferautos Vielen Dank.